HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Spielvereinigung Greuter Fürth gegen den HSV, da war doch mal was. Genau, zehn Jahre ist es jetzt mittlerweile her, dass der HSV dem Zweitligatod gerade eben nochmal so von der Schippe gesprungen ist. 0-0 in der Relegation in Hamburg und ein schmeichelhaftes 1-1 in Fürth. Das hat 2014 dazu geführt, dass der damals noch unabsteigbare HSV nicht abgestiegen ist, was er dann leider vier Jahre später dann doch ist. Und weil es das Fußballschicksal nun mal so will, duellieren sich jetzt die beiden Klubs, Fürth und der HSV, am Wochenende wieder um einen Aufstiegsplatz oder zumindest mal um einen Relegationsplatz. Und Relegation, das können der HSV und Fürth und genau über all das wollen wir gerne reden. Schließlich heißt unser Podcast HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und ich freue mich zum einen über meinen Youngster-Kollegen Max Bronner, der 2014 noch gar nicht geboren war, oder? Doch Kai, aber bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass du schon geboren warst. Freut mich. Danke, danke. Hat dabei gewesen. Der Bart wird langsam grau und Sie haben schon im Hintergrund gehört, wir haben natürlich noch einen anderen Gast, nämlich unseren Hauptgast, über den wir uns ganz besonders freuen. Ein Gast, der 2014 nicht nur dabei war, sondern der kam mittendrin statt nur dabei war, wie es so schön heißt. Der saß nämlich 2014 auf der Trainerbank und heutzutage ist er Wochenende für Wochenende auch als Experte bei Sky zuständig. Seiziert die Bundesliga und deswegen ganz herzliches Willkommen, Mirko Slomka. Vielen Dank, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen nochmal. Wir haben gehört, Sie waren die letzten Tage im Skifahren am Aalberg. Da sind Sie jetzt, glaube ich, zurückgekehrt mittlerweile oder sind Sie noch halt beim Après-Ski? Nee, das wäre ganz schön, das stimmt. Ich war zunächst mal beim Fußballkongress am Aalberg. Da war unter anderem auch die Jahresvorderungin Bernd Wehmeyer mit dabei, aber auch andere Sportgrößen, so wie Marco van Basten beispielsweise, der übrigens nicht nur ein toller Fußballspieler ist, sondern großartig Skifahren kann und auch Tennis spielen kann. Und wir haben uns intensiv rund um den Fußball natürlich mit Talks beschäftigt. Wir haben Fußballtennis gespielt, wir sind Ski gefahren und wir haben es uns auch ansonsten gut gehen lassen im CSU-Saufe. Wunderbar. Das klingt sehr interessant. Wer richtet das denn aus? Weil im Fußballkongress in den Schweizer Bergen, das passt erstmal nicht so zusammen, würde man sagen, aber klingt spannend. Ja, es ist tatsächlich ein Unternehmen aus Österreich, die das aber auch in Deutschland machen, in Österreich machen, in der Schweiz machen und einmal im Jahr gibt es quasi den Gipfeltalk, die Gipfelgespräche und die finden dann in Zürich statt. Er unterstützt halt von vielen tollen Partnern mit dem CSU-Saufe beispielsweise und ja, da treffen sich dann so, ich sag mal, 25, 30 ehemalige Fußballer oder Trainer, Manager, Michael Oerning beispielsweise, auch ein HSV-Trainer gewesen, war auch mit dabei. Und dann gibt es aktuelle Themen, Themen aus der Vergangenheit, die man dort berätigt, bearbeitet, diskutiert, aber natürlich insbesondere natürlich auch die jetzige Bundesliga-Saison, Champions-League-Phase, aber auch der HSV war ein großes Thema, logischerweise, weil auch Bernd Mehl war ja im Talk mit dabei, neben mir gesessen und wir haben uns natürlich auch über den HSV unterhalten. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben schon gehört, dass Sie am Wochenende wieder für Sky im Einsatz sind, den Bundesliga-Sonntag mit Yannick Erkenbrecher zusammen analysieren und kommentieren werden. Es wird vielleicht eine etwas dumme Frage zum Start. Wann denken Sie denn, können Sie den HSV mal wieder kommentieren oder analysieren in der Bundesliga? Ja, das wäre schön, wenn es in dieser Saison klappt. Also mein persönliches Empfinden ist, dass St. Pauli nicht beeinholbar ist und ich bin vielleicht auch nicht ganz so optimistisch wie Steffen Baumgart, dass man die Kieler noch einholen kann, weil ich finde, dass die Kieler auch in dieser Saison und gerade auch in den letzten Wochen, trotz des Drucks, der ja immer wieder von hinten aufkommt, sehr stabil sind. Und jetzt auswärts gewonnen haben, 2-0. Und ich glaube auch, dass diese fünf Punkte, die die Kieler haben, sind ganz schwer aufzuholen, weil das wären zwei Niederlagen mehr als jetzt beispielsweise der HSV oder drei Niederlagen mehr als Düsseldorf oder gar Hannover, die ja auch noch so ein bisschen mit im Rennen sind. Also ich finde es sehr schwer und ja, so vom Gefühl her denkt man ja jetzt schon nicht, man könnte sich die Tickets kaufen in Köln und in Hamburg, weil das ist ja eigentlich vorgezeigt wird, dieses Duell Köln gegen den HSV in der Delegation, wobei das jetzt super spannend wäre, aber auch echt schwer für den HSV. Also ich würde mir sehr wünschen, wenn der HSV in der 1. Liga spielen würde, in der Bundesliga spielen würde, dann könnte ich viel, viel mehr live in Hamburg sein und könnte das Stadion genießen, wie ich es damals auch getan habe. Ja, Relegation, ein Relegationsplatz, wie gesagt, der HSV, das wäre nicht das erste Mal, dass er auf Platz 3 endet in der 2. Liga. Schauen wir mal. Max hat es eben schon gesagt, sie sind am Sonntag mit Yannick Ergenbecher am Start für Sky und wir haben Yannick einmal angerufen und haben ihn mal nachgefragt und dann hat er auch direkt gesagt, er würde gerne auch noch einen kleinen Gruß loswerden und seine Frage, die stellen wir einmal hier kurz. Ja, hey Mirko, das ist ja eine sehr intensive, aufregende Woche für dich, hast viele Termine, inklusive Samstagabend, Topspiel gucken im Klassiko, Bayern gegen den BVB, Sonntag haben wir beide Zusammensendungen auf Sky und heute bist du erstmal im Podcast beim Hamburger Abendblatt. Ja, das freut mich sehr für dich, ich wünsche dir viel Spaß, viele spannende Unterhaltungen und natürlich habe ich auch eine Frage an dich und zwar, du hast ja ehrlicherweise schon so viel erlebt als Trainer, also so viele interessante Matches auch gespielt, weil jetzt auch HSV und Fürth ansteht, das war ja deine Relegation damals, du hast natürlich auch Schalke Dortmund erlebt, du hast Hannover Braunschweig gespielt. Was war denn eigentlich dein intensivstes Match als Trainer, also gab es mal so ein richtig emotionales Ding, wo du sagst, bis heute das war, das war mein absolutes Highlight, wo du vielleicht auch anschließend ins Bett gefallen bist und erstmal 14, 15, 16 Stunden schlafen musstest, weil dich das so mitgenommen und aufgewühlt hat. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen tollen Tag heute und wir sehen uns dann am Sonntag. Schöne Grüße nach Hamburg, ciao, ciao. Ja, vielen Dank Janik Ergenmöcher, die Grüße nochmal auch zurück auf jeden Fall und er hat es ja selber gesagt, sie haben extrem viele emotionale Spiele gehabt, das Relegationsrückspiel des HSV gegen Fürth, über das wir natürlich auf jeden Fall sprechen werden, hat bestimmt gute Chancen jetzt dabei zu sein in der Auflistung, aber was, wenn ich jetzt deine Frage wiederhole, was war ihr absolutes emotionales Highlight-Spiel als Trainer? Gibt es das? Ja, das gibt es, da gibt es allerdings nicht nur eins, sondern vielleicht auch ein, zwei, drei mehr. Eines der emotionalsten Spiele, weil es so besonders war damals für mich auch, war sicherlich der Sieg mit Schalke in Porto und der Einzug ins Viertelfinale der Champions League, damals gegen Barcelona, wo wir dann zweimal mit 0-1 verloren haben und ausgeschieden sind. Ja. 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 Und ja, der hat ja praktisch in diesem Spiel alles gehalten und wir haben dann am Ende beim Mittagsschießen gewonnen. Emotionaler ging es eigentlich nicht. Ein ähnliches Spiel habe ich natürlich auch erlebt mit Hannover 96, also eigentlich mehrere in Sevilla, als wir das Rückspiel gewinnen konnten und in die Europapokal-Serie einsteigen durften. Aber auch so ein wichtiges Spiel wie das 13-0 am letzten Spieltag gegen den VfB, wo wir die Klasse gehalten haben und sicherlich gehört auch das Spiel in Fürth mit dem HSV dazu, wo wir ja insbesondere in den letzten 30 Minuten, darüber werden wir sicherlich noch reden, dann auch arg in Stimmen geraten sind. Ja, das ist richtig, darüber werden wir noch reden. Zunächst vielleicht einmal die Frage, wenn Sie jetzt am Wochenende oder am Sonntag im Studio in Unterführing sind und da Bundesliga-Dienst haben, läuft da zwischendurch auch nochmal vorab der HSV gegen Fürth oder informieren Sie sich dann erst im Nachhinein mit einer Zusammenfassung oder im Live-Ticker? Ne, tatsächlich, also ich bin jetzt auch am Morgen schon zu sehen im Matchplan. Martina Vosteklenburg wird als Bayern-Trainerin auftreten und ich als Borussia Dortmund-Trainer, was ja schon witzig genug ist eigentlich. Okay, aber kein Hinweis für die Wunder. Und wir werden das ein bisschen analysieren, ganz spannend übrigens die Sendung und am Sonntag ist es tatsächlich so, dass ich dann ab 12 Uhr im Studio, also im Schnitt zu zählen, in der Analysekiste, wir nennen das eigentlich den Maschinenraum, wo ich mich mit zwei, drei, vier Analysten gemeinsam befinde und nebenbei auch die zweite Liga analysiert wird von einem Analysten und deswegen ist es total präsent, jeden Sonntag die zweite Liga und Samstags natürlich auch. Und ich gebe zu, ich bin auch ab und zu Bayern 96 im Stadion und war auch schon in Hamburg in dieser Saison und war schon bei Hertha BSC Berlin, also ich informiere mich schon umfassend, auch was die zweite Liga angeht, wenn es denn reinpasst. Dieses Wochenende passt es allerdings nicht rein, außer jetzt am Sonntagmittag, weil ich ja schon am Samstagabend, beziehungsweise morgen schon nach München gehe und am Samstagabend das Topspiel habe und am Samstagabend dann die lange Sendung mit drei Bundesligaspielen am Nachmittag. Wie eben gerade gesagt, Sie waren die Saison schon auch einmal in Hamburg im Stadion. Welche Spiel haben Sie gesehen? Das ist allerdings ganz am Anfang gewesen. Ehrlicherweise, ich kann mich gar nicht mehr hundertprozentig erinnern, war eingeladen und das war bestimmt ein Sieg. Das war sicher ein Sieg. So viele gab es zuletzt nicht mehr im Fußballstadion, ehrlicherweise, aber zu seinem Anfang gab es noch ein paar mehr, das stimmt. Genau, es sah ja zu Beginn auch wie immer eigentlich sehr, sehr gut aus. Ja, wir haben schon in der Anmoderation darüber gesprochen, dass vor zehn Jahren das große Spiel war, darüber werden wir gleich reden, aber lassen Sie uns, bevor wir jetzt in die Vergangenheit gucken, auf jeden Fall einmal jetzt ganz kurz in der Gegenwart, beziehungsweise auch in der nahen Zukunft bleiben. Also bei dem Spiel am Wochenende des HSV gegen Fürth, Sie sind Erstliga-Top-Experte bei Sky, aber Sie haben es ja selber gesagt, Sie sind auch in Hannover wieder im Stadion, gucken die zweite Liga und ich würde jetzt mal sagen, Sie sind auch in der zweiten Liga sicherlich noch ein Experte. Was für ein Spiel erwarten Sie jetzt am Sonntag in Fürth für HSV gegen Fürth? Ja, also so grundsätzlich würde ich mal sagen, ist der HSV für mich natürlich klarer Favorit, insbesondere deswegen, weil ja die Fürther jetzt glaube ich drei oder sogar vier Spiele in Folge verloren haben. Die haben ehrlicherweise sogar sieben von acht Spielen verloren. Also so gut bin ich dann doch nicht informiert, was Fürth angeht, aber das ist erstmal eine Situation, die ist komisch, finde ich. Ich habe sie gesehen übrigens gegen Hannover 96, die Fürther, da waren sie zumindest über weite Strecken sogar einen Ticken besser, fand ich. Aber es hat dann auch nicht gereicht, um zu gewinnen und deswegen glaube ich schon, dass der HSV Favorit ist. Und was man eigentlich sagen muss, der Trainer wechselt jetzt zu Steffen Baumgart, der hat sicherlich große Euphorie ausgelöst in Hamburg, was man ja wahrscheinlich heute, es gibt ja Ferien jetzt in Hamburg gerade, wenn ich mich richtig erinnere. Da war wahrscheinlich richtig was los auf der Trainingsanlage, viele Autogrammwünsche auch an Steffen, ein ganz, ganz toller Kollege, wie ich finde. Ich habe am Saisonbeginn mal länger mit ihm telefoniert und über den 1. St. Köln diskutiert. Es gab eine große Euphorie, der knappe Sieg des 1-0, dann mal so zwei Niederlagen, jetzt bin ich das überzeugende 3-0. Und das wird, glaube ich, dieser Mannschaft auch Auftrieb geben. Und wenn man so über den Kader schaut vom HSV, ich habe mich ein bisschen gewundert sogar, dass Robert Glatzel noch da ist. Ich hatte so für mich mal gedacht, als es diese Stürmer-Suche bei Eintracht Frankfurt gab, dass Robert Glatzel vielleicht ein großes Thema sein könnte, um den Eintracht da zu unterstützen. Ich finde Benic zum Beispiel einen ganz tollen Mittelfeldspieler, den ich unbedingt damals zu Hannover 96 holen wollte. Und auch in der Definitive finde ich es jetzt sehr, sehr stabil. Und der größte Unterschied, der mir jetzt gerade aufgefallen ist, wenn wir über die Trainer reden, also Tim Walter, und das hat er, glaube ich, auch mehrfach mal selber gesagt, der war eher so der Vater der Mannschaft und stand so ein bisschen drüber. Der Mannschaft hat immer so die Schützenzeilen mit Flügel ausgebreitet, hat sie beschont und sie unterstützt. Mit Steffen Baumgart zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass er eher einer von ihnen ist, also eher so mittendrin steckt und er deswegen auch mal kritische Worte haben kann und Anmerkungen haben kann. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, diese Konstellation, dass man einen Trainer hat, der, glaube ich, ähnlich in der Motivation ist, also vielleicht sogar noch einen Tick stärker mit Steffen Baumgart, aber der eine andere Herangehensweise hat, ist da ruhig, wie führe ich diese Mannschaft. Und deswegen finde ich diese Entscheidung so spannend und auch so gut. die man da getroffen hat. Und deswegen finde ich es auch total spannend, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich fand es spannend, was Sie eben gesagt haben, dass Sie am Saisonanfang länger mit ihm telefoniert haben. Ich vermute mal, Sie waren Experte und mussten ein Spiel des 1. FC Köln analysieren und wollten sich vorher informieren. Ist das dann normal, dass man dann den Trainer von den Teams anrufen kann? Ich meine, man kennt sie natürlich und dann, dass man dann so ein bisschen sich austauscht und ist dann wahrscheinlich ja auch, dass Sie mit dem einen, der eine ist auskunftsfreudiger als der andere, vermute ich mal, ich weiß es nicht. Also wie war dieses Gespräch, wie ist das abgelaufen? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich den Steffen in der Funktion als Experte von Sky angerufen habe, um halt über die Saison zu reden, über seine taktischen Maßnahmen zu reden, seine Marchroute zu reden. Die wollen wir aufreden als 1. FC Köln und das mache ich eigentlich mit vielen Trainern. Und Steffen war, mit dem hatte ich noch nicht so viel Kontakt, außer jetzt bei Trainerveranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen. Und ich wollte mich einfach unterhalten, bevor ich über ihn rede und über seine Mannschaft rede und irgendetwas kommentiere. Das halte ich eigentlich immer so, dass ich mich erstmal informiere und austausche, bevor ich dann irgendwie meine Meinung sage. Weil ich möchte verstehen, wie ein Trainer tickt und das war ein sehr intensives, sehr langes und sehr offenes Gespräch. Da habe ich mich total gefreut, dass er sich so eine Zeit genommen hat. Und er hatte ja zudem auch noch ein paar tolle Spieler, die auch ich mal bei 0496 hatte. Und insofern hatten wir auch viele Gesprächsthemen, die uns da so begeistert haben. Also der ASV hat einen ganz tollen Typen und einen super Trainer. Bevor wir mal festhalten. Da können wir später noch ein bisschen vertiefen, würde ich sagen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, Ihre Einblicke da. Noch einmal auf Fürth zu sprechen zu kommen. Kai, du hast die Negativ-Serie jetzt angesprochen. Lange Zeit sah es ja wirklich so aus, als wenn sie sich da in der Spitzengruppe halten können. Auch ein Wort um den Aufstieg mitreden können. Jetzt haben sie, glaube ich, sechs Punkte Rückstand schon auf den drittplatzierten HSV. Ist das aus Ihrer Sicht, Herr Slomka, jetzt die letzte Chance für Fürth oder sind die schon raus aus dem Aufstiegsrennen? Ja, also ich habe jetzt mal in der Analyse der Tabelle, habe ich mal drauf geschaut und habe gedacht, jetzt geht es eigentlich nur noch um HSV, Düsseldorf und vielleicht mit einer kleinen Chance Hannover, die ja auch bei 40 Punkten liegen. Aber Hannover hat ein sehr, sehr schweres Restprogramm, wie ich finde. Ich glaube, die spielen doch gegen St. Pauli, die spielen doch in Berlin. Die spielen jetzt in Magdeburg, die ja auch eine schlechte Serie hatten. Die spielen doch gegen Paderborn. Also das ist echt ein hartes Programm, finde ich, für Hannover. Deswegen ist für mich auch Hannover fast nicht mehr dabei. Die müssten schon fast alles gewinnen. Und der HSV hat den einen Punkt vor Düsseldorf. Und ich glaube, dass sie den verteidigen werden. Düsseldorf war jetzt zwar stabil in den letzten Wochen, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, es gibt jetzt nur noch Siege. Ich kann mich gut erinnern an meine Schalke-Zeit, wenn ich das gut sagen darf. Wir hatten damals sieben Punkte Vorsprung und wären eigentlich fast deutscher Meister geworden. Und damals war es so, dass der VfB Stuttgart danach jedes Spiel gewonnen hat. Also jedes. Das waren, glaube ich, sieben Spiele in Folge, die der VfB gewonnen hat. Und wir haben halt bei einer Unentschieden in Wolfsburg gehabt, Niederlage in Dortmund, Niederlage in Bochum. Und schon war es vorbei. Sieben Punkte weg, acht Punkte weg. Wir waren einen Punkt hinter. Also es kann schon schnell gehen. Und gerade wenn man so die Konstellation sieht in der oberen Tabelle, in der zweiten Linie, da hat man immer wieder das Gefühl gehabt, als jetzt zum Beispiel, ich habe Hannover-Ader-Gruppe natürlich viel nach Hannover gesagt, wenn Sie das jetzt heute verlieren, dann ist es vorbei. Also dann verlieren Sie ja irgendwie zu Hause. Und dann haben Sie gesagt, ja, jetzt haben Sie keine Chance mehr. Und jetzt ist dann trotzdem, sind es nur vier Punkte. Also es ist ja trotzdem noch relativ nah dran. Also es ist alles möglich. Aber ich glaube, dass jetzt so am Ende sich die Mannschaften schon auch sehr stabilisieren, ihre Punkte machen werden. Aber das geht, glaube ich, für alle drei, die da oben jetzt noch katzen an Tabellenplatz zwei, an Kiel oder mindestens mal an der Renovationsposition. Dieses Gefühl, was Sie gerade eben beschrieben haben, dass wenn man jetzt verliert, dann war es das. Ehrlicherweise wundert man sich ja fast ein bisschen aus der Hamburger Sicht, dass der HSV tatsächlich immer noch Dritter ist. Weil man muss auch sagen, sie haben wirklich auch keine gute Serie jetzt gehabt in der Rückrunde. Dann wurde halt Tim Walter beurlaubt. Es kam Steffen Baumgart mit einem Spielverzögerung sozusagen. Merlin-Polizien war nach in Rostock auf der Bank. Viele fragen sich in Hamburg, ob dieser Trainerwechsel möglicherweise zu spät passiert ist, weil man die Winterpause natürlich als Trainer hätte nutzen können, um sich besser einzuspielen. Das sagt man immer relativ schnell. Sie als Trainer, ist das auch wirklich so? Also hätte man diese Winterpause sehr gut benutzen können als Trainer oder ist das vielleicht ein bisschen überbewertet? Aber man sagt das vor der Winterpause oder man sagt das auch vor so einer Länderspielpause. Ich finde, das ist immer eine Entscheidung. Die hat jetzt Jonas Bolt mit seinem Team gemeinsam getroffen, dass es bei dem Trainer bleibt. Und es war ja auch bei Tim Walter immer so das Gefühl, dass es jetzt irgendwie doch besser wird, dass es stabiler wird und dass man daran festhalten kann. Und ich schätze Tim Walter auch sehr. Da war er damals Trainer bei Paul für Stuttgart, als ich bei Hannover war. Wir haben da das Eröffnungsspiel gegeneinander gemacht. Und ich finde eigentlich die Haltung von Jonas Bolt und seinem Team da echt stark, dass man festhält, dass man gemeinsam kämpft, dass man dran bleibt, dass man unterstützt und so. Und deswegen kann ich diese Entscheidung grundsätzlich absolut nachvollziehen. Ergebnisse sind manchmal komisch. Ich meine, der HSV hat jetzt irgendwie sechs Punkte gelassen gegen Paul für Osnabrück. Die haben, glaube ich, insgesamt nur dreimal gewonnen. Also eigentlich dreimal gegen den HSV. Der kleine HSV, wie muss ich sagen? Genau, der kleine HSV gegen den großen HSV. Da auch irgendwie unverständlich. Aber es passiert. Es passiert im Fußball. Es passieren kuriose Dinge. Die passieren auch oftmals am Saisonende. Ich glaube aber, dass diese Kuriositäten sich eher am Tabellenende entwickeln. In der Bundesliga beispielsweise, auch in der zweiten Liga. Wobei ja auch schon die Themen sind relativ klar. Und weniger jetzt, wenn es darum geht, den Radikationsplatz oder Platz zwei oder Platz eins noch zu erreichen. Wobei mein Gefühl ist, dass es St. Pauli auf jeden Fall durch ist. Viel zu stabil, aber auch viel zu gut die Mannschaft, die zu Hause noch mit dem Trainer verlängern können. Was ja auch wahrscheinlich ein langer Ritt war. Ein tolles Erfolgserlebnis. Auch für den FC St. Pauli. Aber der HSV ist dran. Ich sage es nochmal. Ich finde die Mannschaft echt gut. Ich hatte Jonas Mehrfahrt selber in Karlsruhe. Ich finde, das ist ein super Typ. Wir haben Urheim schon in der Defensive. Finde ich auch klasse. Sind ja auch Bundesliga-Typen, finde ich. Ja, aber wenn man es dann schafft, in die erste Liga zu kommen, ich glaube, dann muss Jonas da schon noch ganz, ganz hart arbeiten, dass man auch in der kommenden Saison weiter weit bleibt. Sie haben Sportvorstand Jonas Beul gerade schon angesprochen. Der hat vor ein paar Wochen auf der Vorstellungspick von Steffen Baumgart gesagt, dass man keine 180-Grad-Wende im Vergleich zu Tim Walter haben möchte. Nun haben sich taktisch doch einige Dinge geändert, was ja auch völlig normal ist bei einem neuen Trainer. Das Aufbauspiel ist ein bisschen anders. Der Torwart wird nicht mehr so eingebunden. Es soll mehr durchs Zentrum gespielt werden. Viele kleine Dinge. Steffen Baumgart hat sich auch offen gehalten, irgendwann mal mit einer Doppelspitze zu agieren. Das hätte es unter Tim Walter auch nicht gegeben. Nochmal auf diese taktischen Feinheiten, die sie ja auch als Trainer sehr gut kennen, zu sprechen zu kommen. Reicht die Zeit, um so eine Philosophie eines Trainers jetzt mitten in der Saison einzustudieren? Oder muss man da als Trainer ganz klar Abstriche machen und sagen, gut, dann konzentrieren wir uns auf diese zwei, drei vergleichsweise einfachen Dinge, die man einfach implementieren kann und die anderen vielleicht dann erst im Sommer? Ich glaube, man denkt da mitunter ein bisschen zu kompliziert als Außenstehender. Ich meine, wir sprechen ja eher über Profifußballer, die natürlich schon in vielen Mannschaften, auch in vielen Nachwuchsligen gespielt haben und sicherlich viele Systeme gespielt haben. Jetzt kommt ein Steffen Baumgart, der sicherlich, was das Umschaltverhalten angeht, eine andere Verlernangehensweise hat als ein Tim Walter, der eher so aus dem spielerischen Commitment kommt und von hinten auch mal risikoreich aufbauen, Torhüter mit einbeziehen, da haben sie gerade gesagt. Ja, das war ja auch eigentlich der größte Kritikpunkt, dass die Defensive nicht stand, dass man keine Konterabsicherung hatte. Und ich finde, das ist ein Thema, was man einer Mannschaft sehr schnell beibringen kann. Und da brauchen wir jetzt keine sechs Wochen Vorbereitungszeit, das kann man über die Dauer, klar brauchen wir mal ein, zwei Wochen, aber über die Dauer kann man das immer wieder mit einfließen lassen. Und auch die Aktionen nach einem Ball gewinnen sind ja manchmal sogar leichter zu spielen als Ballzirkulationsrunden, die wir, was weiß ich, von Manchester City sehen oder auch von Bayern München sehen oder jetzt von Bayern Leverkusen sehen, das ist ja viel komplizierter Dreiecksform aufzubauen auf einem Spielfeld, als jetzt aus einem Ballbesitz schnell die Tiefe zu kommen und Tiefenläufe zu erarbeiten und Sprintfähigkeiten zu entdecken für sich selber und Räume hinter die letzte Kette zu erarbeiten und zu bespielen. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Weg ist, zu sagen, wir ändern nicht alles, wir ändern auch nicht alles in der Aufstellung, aber das ist ja auch so, ein Trainer hat ja dann so seine eigene Philosophie auf der einen Seite, aber auch ein Bauchgefühl für Spieler und für Spielertypen. Welche Typen sind für diesen Moment, wo man sich gerade befindet, vielleicht auch genau die Richtigen, die jetzt halt nicht angstbesessen sind, die nicht zu viel Respekt haben, sondern die frech sind. Wir haben es ja jetzt gerade auch bei unserer Nationalmannschaft, Julian Neues Versatz, so aktiv sein und Freude haben am Spielen und so und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wo die Art und Weise, wie Steffen Baumgart nicht nach zwei Niederlagen reagiert, aber grundsätzlich so in sich hat. So, ich möchte einfach offensiv agieren und schnell umschalten und intensive Zweiglinge führen und das hat der HSV jetzt zumindest mal irgendwie in Wiesbaden überzeugend getan, war jetzt vielleicht nicht der absolute Top-Gegner. Da wird Kräuter Fürth sicherlich noch ein bisschen stärker sein und dagegen halten, aber dennoch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Stichwort Angst. Also beim HSV geht es jetzt am Wochenende, das sagt man immer so, aber es ist ja tatsächlich so, es geht nur um drei Punkte. Also wenn man nicht gewinnt, ist auch noch nicht alles vorbei und so. Aber bei Ihnen vor zehn Jahren war das natürlich anders. Da ging es wirklich um alles. Da ging es um Arbeitsplätze, da ging es um die ganze Stadt. Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema Angst vor so welchen Relegationsspielen nochmal ein ganz anderes ist als vom normalen 26. Spieltag Bundes-Zweitligaspiel. Wie sind Sie damals als Trainer mit dem Thema Angst in der Mannschaft umgegangen? Also die Problematik war damals ja noch ein bisschen komplizierter sogar. Wir hatten ja am 29. Spieltag glaube ich ein Sieg gegen Leverkusen, 2-1 und danach haben wir ja fünfmal verloren. Und die anderen auch? Und das wollte ich gerade sagen. Das Gute war, dass die anderen auch verloren haben. Nürnberg ist ja dann quasi abgestiegen, letztes Spieltag war 4-1 auf Schalke, da erinnere ich mich noch gut. Und da wir tatsächlich genauer hingeschaut haben, klar hatten wir jetzt nicht eine Mannschaft, die jetzt total befreit aufgespielt hat. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich fand das Hinspiel, auch im Hinspiel hatten wir schon Glück. Und sie erinnern sich gut, sie hatten noch den Ausfall von René Arter, der ja die klare Nummer 1 war zu dem Zeitpunkt. Am Ende muss man sagen, dass Jaroslav Drogny eigentlich der Mann beider Spiele war. Ja. Weil seine, wo ich über Angst gesprochen habe, der hatte sicherlich überhaupt keine Angst. Vor gar nichts. Der hatte auch keinen Respekt vor dem Gegner. Der war total cool. Das ist der Torhüter gewesen, der wie Toni Kroß jetzt quasi wie so ein Eiswürfel auf dem Platz kam. Ich war total beeindruckt, schon beim Hinspiel war ich total beeindruckt. Und beim Rückspiel noch viel mehr. Weil das war eigentlich unser Rückhalt, muss man sagen. Und wir hatten ja auch Typen in der Mannschaft, wie Raphael van der Vaart beispielsweise, der ja in beiden Spielen eigentlich schon deutlich gemacht hat, dass er schon auch Befürchtungen hatte. Ich sage nicht Angst, aber Befürchtungen. Er war jetzt nicht so frei, nicht so locker, hat jetzt nicht diese tollen Pässe gespielt in die Tiefe. Und war jetzt nicht so im Eins gegen Eins, ich wage mal etwas, sondern war eher zurückhaltend. Und damals waren halt so Typen wie Alcancar Nuller noch nicht so weit, dass man sagen konnte, der nimmt jetzt das Heft in die Hand, das ist jetzt unser Spieler, den brauchen wir, um so ein Spiel zu bestreiten. Also es war echt eine komplizierte Phase. Und ich meine, Sie wissen das, das Hinspiel 0-0, das war sogar eher glücklich für uns. Und ich sage es auch, klar, wir saßen in der Kabine, wo gesagt, das Ergebnis ist ein gutes Ergebnis für uns. Weil für uns als Trainerteam war klar, wir können jetzt den Blick darauf richten, was hat sich von dem bestätigt, was wir erwartet haben und woran müssen wir arbeiten, um diesen Gegner auswärts zu bezwingen, um ein Tor, mindestens ein Tor zu machen und mindestens nur eins zuzulassen, maximal. Und das war zumindest mal insofern ein Vorteil, dass wir mit einem 0-0 weitergegangen sind in den nächsten 90 Minuten. Und das hat sich ja dann auch relativ gut entwickelt, jetzt sagen wir mal, mit dem Tor von Gersogger frühzeitig. Aber es brannte natürlich dann ab dem 1-1, das war ja irgendwie 61. oder so etwas, rund um die 60. zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Und da brannte es natürlich dann irgendwann schon nicht da nur, weil Fürth hat natürlich alles versucht. Und das war für mich als Trainer, es war aufregend, aber auch spannend. Auch spannend, weil man richtig was zu tun hatte. Also da musste er kritisch mit der Mannschaft auf dem Platz daran arbeiten, auch mit den anderen auf der Bank daran arbeiten, dass der Glaube auf dem Platz nicht verloren geht. Und dann auch ein paar Maßnahmen treffen. Wir hatten ja dann nochmal Raphael Faddafat rausgenommen, glaube ich, Rinkon gebracht. Wir haben Aslan rausgebracht und haben nach Robert Tische gebracht. Wir hatten also zwei Defensive eigentlich eingewechselt nach dem Gegentor. Und um der Mannschaft auch zu zeigen, wir müssen jetzt richtig dagegen halten. Kann schief gehen, müssen wir nicht drüber reden. Wir reden auch fast schief gegangen, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber am Ende hat es geklappt. Zu diesen Maßnahmen, die Sie eben erwähnt haben als Trainer, gibt es eine Nachfrage, nicht während des Spiels, sondern vor dem Spiel. Und die Frage hören wir jetzt. Hallo Mirko, Heiko Westermann hier. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben ja schon einige Schlachten zusammengeschlagen, ob es bei Schalke in der Champions League war oder beim HSV. In Erinnerung bleibt natürlich immer das Spiel in Fürth, wo ordentlich Druck auf dem Kessel war. Und mich würde mal brennend interessieren, da ich ja auch Trainer bin, wie bist du dieses Spiel angegangen oder wie hast du dich vorbereitet? Und was war dir wichtig an diesem Tag oder besonders in der Woche der Mannschaft mitzugeben? Ganz liebe Grüße nach Hamburg. Ja, liebe Grüße von Heiko Westermann. Sie lächeln schon. Heiko Westermann, der damals in Fürth, muss man auch sagen, in der 88. Minute nochmal schön über den Ball gesammelt hat und Fürth nochmal eine Riesenchance hatte in dem Moment. Am Ende ist es gut gegangen. Ja, bevor Sie die Frage beantworten, wie entscheidend war dieser Moment in der 88. Minute und was haben Sie in dem Moment gedacht? Ja, was kann man da denken? Ich habe gedacht, was macht der da? Der ist er, der Heiko. Und zumal ich ihn ja wirklich dann auch schon gekannt habe. Ich wusste ja um seine Qualitäten auf der Innenverteidigerposition, auf der rechten Verteidigerposition. Und er musste sich ja in dem Spiel auch sehr schnell, so nach 30 Minuten, glaube ich, mit einem neuen Innenverteidiger-Kollegen arrangieren, weil Jorou sich verletzt hatte. Und dann kam Monsien wieder rein, der das auch sehr ordentlich gemacht hat. Aber natürlich anders, eine andere Präsenz hat als jetzt ein Jorou beispielsweise. Der Jorou ist schon ein sehr gestandener, sehr reifer Spieler, ein sehr ruhiger Spieler mit ganz viel Erfahrung. Ich glaube, es gab so ein paar Maßnahmen vor dem Spiel, die wir getroffen haben. Marcel Jansen zum Beispiel hat im Mittelfeld auf der linken Seite gespielt, weil wir auf der anderen Seite waren, ist dann Hakan Scharnoulo von links nach rechts gegangen. Also wir haben die Seiten dann ein bisschen anders besetzt, weil wir da schon auch darum mal Stärken bei Greuther Fürth gesehen haben und Schwächen auf der anderen Seite. Wir wollten auf alle Fälle die rechte Seite von Fürth schließend zumachen. Deswegen haben wir uns da ein bisschen defensiver aufgestellt mit Jacek Jiracek und Marcel Jansen. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass wir da vielleicht mehr Möglichkeiten haben mit Hakan Scharnoulo über die Position zu kommen. Das hat sicherlich über weite Strecken auch mal funktioniert. Aber das, was wir der Mannschaft mitgeben konnten, sind Beobachtungen aus Spiel 1 und keine Beobachtungen aus einer Phase, die vielleicht Walter Fürth in der zweiten Liga hatte. Und da ist es viel wichtiger, wenn man etwas beobachten kann und etwas zeigen kann, wo man selber beteiligt ist. Das kennen Sie selber, wenn Sie sich sehen auf irgendeinem sportlichen Schlagabtausch oder beim Tennis oder was. Und wenn Sie das merken, wenn Sie das anschauen können und analysieren für ein nächstes Match und Ihre eigenen Stärken kennen, dann ist es viel einfacher umzusetzen. Und das haben wir uns zunutze gemacht. Und natürlich haben wir der Mannschaft das Gefühl gegeben, es ist alles okay, auch ein 0 zu 0 ist in Ordnung. Wir sind immer noch in einer sehr guten Position. Wir sind die bessere Mannschaft und wir können uns steigern und verführt war es vielleicht eines der besten Spiele, was sie gemacht haben. Und jetzt würde ich ganz kurz auch mal auf das Umfeld eingehen. Wir hatten ja mit Oliver Kreuzer, habe ich ja mittlerweile eine enge Freundschaft dadurch entwickelt. Also Olli hat uns da sehr unterstützt. Sicherlich war Olli auch nervös, gar keine Frage. Aber das hat uns schon auch geholfen, dass da ein bisschen Ruhe im Hintergrund war. Und eine ganz wichtige Person war damals Carl Jacho, das Präsident. Karl hat ja immer so so eine Ruhe, so eine Gelassenheit ausgestrahlt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, es hat Einfluss genommen auf mich. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann hat das ja auch die Mannschaft. Und Carl Jacho war wirklich eine wichtige Person und auch Ben Wehmeyer, über den wir vorhin schon gesprochen haben, war ja jemand, der im Hintergrund immer so die Fäden für uns gezogen hat, geguckt hat, dass alles passt, alles stimmt und wir uns keine Sorgen oder Gedanken machen müssen über irgendetwas, was in der Organisation nicht passt. Das hatten die dann schon alles auch im Griff, finde ich. Und diese Ruhe, diese Gelassenheit, die haben wir versucht, im Trainerteam auch auf die Mannschaft zu übertragen, ohne dass wir jetzt wilde Sachen gemacht haben, nochmal besondere Motivationsthemen hatten oder so, sondern wir haben uns wirklich auf die Sache fokussiert, auf die Themen fokussiert, die wir besser machen wollten als im Hinspiel. Sie sind ja ein sehr kommunikativer Typ, jetzt nicht nur mit Ihrer Mannschaft, sondern grundsätzlich auch im Leben. Wie war das, Sie haben in Hamburg gewohnt und auf der Straße, wurden Sie da jeden Tag, jeden Morgen immer, immer wieder angesprochen, ihr müsst gewinnen, ihr müsst gewinnen. Können Sie sich daran noch erinnern, wie war diese Stimmung in der Stadt? Und Sie sagen ja selbst, dass das Umfeld, also das direkte Umfeld, Oliver Kreuzer, Karl Jarcho, auch Ben Wehmeyer, dass die ein bisschen beruhigt haben, aber das Gesamtumfeld war natürlich höchst aufgeregt, weil ich kann mich auch noch erinnern, es ging ja nicht nur um die Relegation und den Klassenerhalt, sondern es gab die Ausgliederung, die ganze, diese ganze Stimmung rund um den HSV war sehr, sehr aufgehetzt in dieser Phase. Ja, das kann ich zum Teil bestätigen, das stimmt. Insbesondere natürlich, was alle Mitarbeiter angeht, war das dann ein bisschen kritisch. Der HSV ist ja schon auch ein großes Schiff, also es gibt ja sehr, sehr viele Mitarbeiter, auch in der Mediapallung waren damals sehr viele in der Verantwortung, aber ich habe das komplett anders erlebt, also in der Stadt komplett anders erlebt. Selbst noch muss ich sagen, ich hatte ja die Nachbarwohnung von Loromie von Matt, der ja aus der, wie Sie wissen, Hamburger Werbebranche kommt, von Jürgen von Matt, so und er war schon ein guter Freund, er hat mir auch schnell die Wohnung besorgt, ich habe mir schon am ersten Tag quasi meine eigene Wohnung gehabt und der hatte einen ganz anderen Blick auf die Dinge und das hat mich immer irgendwie, das war fast lustig eigentlich so, so die Gedankengänge von ihm dann zu hören und macht ja darüber keine Gedanken, sondern schau mal dahin. Fand ich ganz witzig und was ich sehr beeindruckend fand und ich habe das Gefühl, dass es gerade auch ein großes Thema ist in Hamburg, dass nicht nur die Fans, sondern auch die Bewohner der Stadt, die Mitbürger der Stadt diese Leute unterstützen, auch wenn es nicht so gut läuft. Und ich kann mich gut erinnern an so Radioaktionen zum Beispiel, Radio Hamburg, der NDR, da gab es immer so Dürmungsbarometer und so tolle Sätze von Fans und Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Stadt, die da irgendwie so, die waren so fröhlich, so unterstützend und es war nicht so, dass sie gesagt haben, die sind so schlecht, das schaffen die sowieso nicht, sondern das war eher das Gegenteil. Ihr schafft das, wir sind bei euch, wir stehen hinter euch. Natürlich wussten wir, dass es hier auch um mehrere hundert Arbeitsplätze möglicherweise geht beim HSV. Aber das haben wir ja nicht an uns reingelassen. Wir haben eher das an uns reingelassen und auch verarbeitet für die Mannschaft, was im Großen und Ganzen Positives für uns auch entwickelt wurde. Und das fand ich echt beeindruckend. Das ist nachhaltig bei mir hängen geblieben, dass die Hamburgerinnen und Hamburger diese Unterstützung nie verloren haben und immer an uns geglaubt haben. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Fall. Insbesondere, wenn man mal die Zahlen der Zuschauer sieht, die jetzt nach wie vor ins Stadion kommen. Darüber müssen wir nicht reden. Die Bedingungen der Stadt, also das Besondere der Stadt an sich, das Stadion, die Fans, die Trainingsbedingungen, das ist Erste Liga. Also das ist auch Top in der Ersten Liga. Das muss man klar sagen. Damals in Fürth ist es glücklicherweise ja noch gut gegangen, sowohl die 88. Minute als auch der Abpfiff dann wenig später. Ich kann mir vorstellen, das war für Sie, wenn Sie das gerade alles geschildert haben, was da alles mit dranhängt, auch eine riesige Erleichterung. Sind Sie dann ein Trainertyp, der dann auch richtig feiert, also in der Kabine auch ein Bier aufmacht oder lassen Sie das dann eher die Spiele alleine machen? Kurz. Kurz. also die Chance von Azemi, die habe ich heute noch vor mir, also quasi eine hundertprozentige Chance. Klar, also in der ersten Emotion feiert man dann schon sehr intensiv, auch mit der Mannschaft und auch mit allen Dingen, die man sich vorstellen kann, mit was weiß ich, irgendwie Alkohol, die gespritzt, also egal, ich rede mein Geist gerne drüber. Dann ging es ja irgendwie zurück nach Hamburg und dann ist es für mich dann eher so, dass ich so tendenziell Oliver Kreuzer irgendwie lieber ein gutes Glas Rotweil getrunken habe und wir das so gewübt passieren lassen haben, was eigentlich so passiert ist in dieser kurzen Zeit, die wir zusammenarbeiten konnten in Hamburg und wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und das war ja eigentlich der viel wichtigere Schritt. Und das ist ja so ein bisschen das Problem eines Trainers, eines Vorstandssportes, von allen, die so im Sport tätig sind. Man kann schon kurz feiern, aber es geht sofort weiter und wenn man erfolgreich bleiben möchte, dann muss man sich darum kümmern, wie es weitergeht. Verlängerung und so weiter, das war ja alles eng. Ich meine mich zu erinnern, dass Sie auch mal erzählt haben, dass Sie in der Tat nach dem Rückzug mit Oliver Kreuzer zusammen, wie Sie sagen, ein gutes Glas Rotwein beim Italiener getrunken haben. Das klingt jetzt aber so, als wenn Sie schon noch wissen, wie Sie nach Hause gekommen sind. Ich frage deswegen, weil der HSV war Dauergast in der Relegation und ein Jahr später, ich weiß nicht, ob Bruno Labbadia und Dietmar Bayer davon auch wissen, wie Sie nach Hause gekommen sind, weil da gab es Fotos morgens um fünf Erika's Eck. Ich weiß nicht, ob die noch gut nach Hause gekommen sind. Aber die beiden kennen sich, glaube ich, besser aus in Hamburg als ich oder kannten sich besser aus in Hamburg als ich. Aber die mussten mich dann schon daran halten, was jetzt ein Oliver Kreuzer oder jemand aus dem Stab so gesagt hat, wo man eigentlich hingehen soll. Der ist übrigens auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Das werden Sie nicht glauben, so wichtig. Und der auch ganz wichtig war für die Mannschaft, war Mario Moser. Der war damals ja zunächst Zweigwart und dann ist er ja dann quasi unser Chefkoch geworden und hat sich ja darum gekümmert, dass unsere Ernährung passt und hatte immer gute Laune und immer gute Stimmung und es war immer irgendwie alles bereitet für uns. Und das sind auch so, das sind so Typen, die bleiben in Erinnerung, die auch so einfach so positiv sind. Egal, wie es gerade steht um einen. Und die dann auch richtig feiern können. Und die dann mittendrin sind im Pulg und von mir aus im Mittelsbecken liegen. Aber es ist immer noch alles top organisiert und sie kümmern sich und nur die Mannschaft ist wichtig und immer nur die Mannschaft und nochmal die Mannschaft. Und das braucht man. Und ich hoffe, dass der HSV diese Typen jetzt auch hat. Also bei Mario Moser ist der HSV buchstäblich unter der Haut. Also der hat ja auch ein HSV-Tattoo und ist wahrscheinlich ein lebenslanges HSV-Fan. Das wird er immer bleiben. In der Tat ein sehr lustiger Typ, der da war. Sie haben eben gerade gesagt, nach so einem Spiel, Sie und Oliver Kreuzer, so lange kann man das gar nicht genießen. Man weiß nicht, wie geht es mit dem Vertrag weiter? Wie planen wir die nächste Saison? Woran ich mich erinnere, ich habe das schon einmal ganz kurz angesprochen, dass relativ schnell nach dem Spiel dann noch diese riesen Mitgliederversammlung war. Es ging um die Ausgliederung. Das Stichwort war Aufstellen für Europa. Hatten Sie das Gefühl, dass jetzt, wo die Relegation geschafft war, dass der HSV jetzt durchstarten wird? Oder waren Sie skeptisch, was diese ganzen Zukunftsprognosen und auch die ganzen Versprechungen von verschiedenen Gruppierungen betrifft? Ja, also wenn man so knapp davor ist, in die zweite Liga abzustürzen und es gerade so schafft, dann war für mich jetzt der Gedanke an Europa und der steile Weg nach oben war für mich ein bisschen zu schnell. Und wir waren ja dann auch, wir hatten vorher kurz das angedeutet, auch in China, im Trainingslager, haben uns quasi dem Wunsch der DFL da angeschlossen und haben das Trainingslager dort bestritten, was jetzt ja nicht ideal war, muss man auch sagen, Parallel ist deutscher Weltmeister geworden. Übrigens eine kleine Anekdote dazu, wir haben ja das Halbfinale gegen Brasilien, nachts, ich glaube es war drei Uhr oder vier Uhr morgens, haben wir ja mit dem Staff, was ja auch sehr besonders ist, also mit Mario Moser, Thomas Westphal, damals war Teammanager, alle, die jetzt nicht am nächsten Tag trainieren mussten, haben uns verabredet, außerhalb der Mannschaft und mit Kiste Bier und so richtig typisch dort mit Chips und Bier und so weiter und dann haben wir irgendwie so einen Stream gefunden und haben das dann auf die Leinheit gespielt und haben wir gesagt, was passiert hier eigentlich gerade mit der deutschen Nationalmannschaft und Brasilien und das war schon witzig, dass wir das dann dort auch in dieser Gruppe sehen konnten, das hat uns auch irgendwie ein bisschen zusammengeschweißt, hat riesen Spaß gemacht, aber das war jetzt, das war so, auch so ein Trainingslager, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich ein Ticken zu früh, so wenn man sich stabilisiert hat im Folgejahr und das danach macht, ist es gut, das war schon wieder so groß gedacht, so die DFL hat gesagt, der HSV ist bekannt, ihr müsst das machen und so, ihr kriegt dafür das und das, so und dann habe ich gesagt, warum jetzt schon, also wir sind gerade in der Klasse geblieben, da wünsche ich ganz viel Glück, lasst uns erstmal an der Sache arbeiten und nicht an der Außendarstellung und den Finanzen, so, lasst uns einfach daran arbeiten, dass wir jetzt eine gute Mannschaft bekommen. Ja, das ist in Hamburg nicht immer ganz einfach, wie die Vergangenheit gezeigt hat, waren Sie damals eigentlich selbst auch dabei, als diese riesige Mitgliederversammlung im Volksparkstadion war, mit 10.000 Leuten ungefähr? Ne, kann ich jetzt nicht sagen warum, aber nein. Heißt aber, dass dieses Drumherum, dieses Politische auch nicht so nicht so richtig interessiert, also eher Autorier-gemäßig wichtig ist auf dem Platz und jetzt, ob jetzt eine, HSV ist ja wieder gerade dabei, da ist gerade aus, gerade letzte Woche war mit der Versammlung nach einer AG, kommt jetzt die KGAA, das sind jetzt nicht die Themen, die Sie vorrangig interessieren, oder doch? Naja, jetzt ist ja bei mir gerade ein bisschen anders geworden, ich habe ja letztes Jahr nochmal einen Studiengang in St. Gallen gemacht, zum Sportmanager, Heiko Westermann hat ja das auch schon gemacht, war auch eine Woche noch dabei. Ganz kurze Frage, hat das nicht Rini Adler auch gemacht, nicht letztes Jahr, aber vorletztes Jahr in St. Gallen? Kann sein, dass er auch in St. Gallen war, ja, gibt es ja auch beim DFB, diese Ausbildung und ich bin jetzt ja seit über 30 Jahren Trainer in verschiedensten Bereichen gewesen und wollte unbedingt jetzt nochmal auf eine andere Ebene und deswegen muss ich mich natürlich auch damit beschäftigen, wobei ich ehrlich jetzt nicht der Typ bin, der so den Vorstand Sport machen möchte, also ich setze mich schon mit Cremien auseinander und bin da auch aktiv und sicherlich auch spannend, aber ich würde mich dennoch mehr um den Sport kümmern als um solche Themen, also um das auf den Punkt zu bringen, also ich bin schon eher nur, Sport ist noch mehr in mir als vielleicht das Ganze drumherum, aber das gehört dazu und das muss man lernen und deswegen habe ich es auch gemacht, nicht, dass ich irgendetwas anfange, jetzt irgendwo Sportmanager werde und es noch nie gelernt habe und das wollte ich einfach nicht und deswegen habe ich diesen Studiengang auch abgeschlossen. Etwas genauer möchte es übrigens, das passt jetzt wunderbar, möchte es jemand wissen, den Sie schon eben angesprochen haben, Sie haben Karl Jarcho sehr gelobt, dass er für die Beruhigung des Umfelds 2014 sehr wichtig war und Karl Jarcho möchte genau das von Ihnen etwas genauer wissen. Wir hören einmal rein. Lieber Mirko, Karl Jarcho hier, bin gerade im Moment in Vietnam bei meinem Sohn, aber höre, dass du zu Gast bist beim Abendlatsch und freue mich, werde mir das natürlich anhören, egal wo. In der Tat haben wir ja einiges zusammen erlebt in der kurzen Zeit, an das ich gerne zurückdenke. Meine Frage an dich vor heute wäre, ich sehe dich jetzt immer als Sky-Experte, finde du machst das sehr gut. Planst du denn nochmal als Trainer zurückzukommen in die Bundesliga, oder sonstige Ligen, das würde mich interessieren. Lieber Grüße, ciao. Genau, Karl Jarcho war das, wie gesagt, er war gerade bei der Hochzeit seines Sohnes in Vietnam, also vielen Dank, dass er die Nachricht uns geschickt hat und der möchte auch wissen, ob es sich zurück auf die Trainerbank zieht, ob sie andere Pläne haben, der Sky-Job ist ja auch wahrscheinlich, bringt ja auch Spaß, also wie sind Ihre Pläne für die Zukunft? Also ich finde es einfach total toll, dass die so nette Menschen, die mich auch begleitet haben, da überhaupt zu einer Stimme bringen, also Karl ist super toll, auch Heiko Westermann und vorher Yannick Erkenbrecher, also tolle Auswahl von Ihnen, vielen Dank, freut mich auch sehr, dass der Karl sich auch mit Freude an unsere gemeinsame Zeit erinnert. Ja, und wenn er jetzt einen Nationaltrainer sucht in Vietnam, dann kann ich mir das vorstellen, kann ich da mal nachfragen, aber in der Tat ist es so, dass ich mich tatsächlich, also never say never gain, also gar keine Frage, es kann immer alles passieren, es gibt ja auch Manager-Tätigkeiten, die den Trainerjob inkludieren, aber grundsätzlich habe ich mich mit der Thematik Sportmanagement echt intensiv auseinandergesetzt und das hat mich wirklich auch ein wenig, das hat ein wenig gefunkt, wie man bei der Frau sagen würde, also die Zusammenarbeit in St. Gallen mit der zusammengestellten Truppe war hochintensiv, sehr spannend, sehr unterschiedliche Menschen kennengelernt, wir hatten unfassbar tolle Dozenten vor Ort, die wirklich für große Freude und ganz viel Wissen gesorgt haben und das hat mich eigentlich bestärkt in meinem Gedanken zu sagen, ich möchte nochmal auf die andere Ebene. und ich glaube, dass auch die Trainertätigkeit, die ich jetzt hatte, also die Leadership-Qualitäten, die man als Cheftrainer braucht und auch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch das Weitergeben eines Bauchgefühls, was man hat, auch an tolle junge, neue junge Trainer, frische Trainer weiterzugeben, ich glaube, dass es eine ganz, ganz fantastische Aufgabe sein kann. Ja, mir fällt da spontan auch Dieter Hecking ein, der jetzt ja auch sozusagen auf die Management-Ebene gewechselt ist, früher auch HSV-Trainer war, da gibt es so einige Sportvorstand. Ja, genau, ja. Das ist schon nochmal die Top-Ebene, muss man sagen, das ist ja quasi nicht der Sportmanager, der sich nur um die Mannschaft kümmert, da gibt es ja noch jemand anderes, sondern er ist tatsächlich dann auf der Gremien-Ebene auch spannend und hat diesen Schritt auch gewagt und ich habe mich mit ihm auch ausgetauscht unlängst und ich glaube, das ist für ihn auch ein guter Weg gewesen. Doofe Frage, also als Spieler und ja auch mittlerweile als Trainer ist es so, dass man dann normalerweise mit einem Berater zusammenarbeitet, die sondieren den Markt, sagen irgendwann, hier wird einer gesucht, kannst du dir das vorstellen und so weiter und so fort. Jetzt für Sie, der sagt, er kann sich das vorstellen, nochmal Sportchef nehme ich das jetzt mal zu werden, Wie geht man da strategisch vor? Man hat ja sein Netzwerk sicherlich, Sie kennen viele bis alle Leute im Geschäft, lässt man sich auch dann beraten und nutzt das oder vertrauen Sie Ihrem eigenen Netzwerk? Ne, das würde nicht reichen, das eigene Netzwerk und das würde auch keinen Sinn machen, deswegen braucht man schon auch jemanden, der, sagen mal, wenn es ein Ohr am Markt hat und der immer ein paar Hinweise gibt und der auch mal sagt, es ist sehr aufgefallen, dass da gerade irgendwie das und das passiert und durch meine Tätigkeit bei Sky bekomme ich ja auch sehr viele Informationen. Also es ist nicht nur so, dass mir das Analysieren eines Spiels oder auch das Kommunizieren meiner Meinung Spaß macht, also mehr das Analysieren eines Spiels, das Kommunizieren meiner Meinung, sondern auch der Informationsgehalt, den ich ja bekomme jede Woche, natürlich jetzt eher, was die Bundesliga angeht, aber auch so ein bisschen drumherum, weil wir ja in der zweiten Liga natürlich ganz, ganz groß haben, deswegen bin ich da schon, in den Informationen stecke ich schon drin. Das ist auch das Gute bei Sky, dass man da ja mittendrin ist in dieser Szene und dass man sich über alles informieren darf und kann und muss, um dann auch eine gewisse Expertise zu haben. Vielleicht letzte Nachfrage von mir zu dem Thema, Sie sagen, Sie können sich auch so eine Mischform vorstellen, also in England wird es ja häufig so praktiziert, dass der Trainer auch der Manager ist, ist das auch für Sie interessant, mal dahin zu gucken? Ja, es ist vielleicht sowieso ganz interessant, sich darüber Gedanken zu machen, gerade weil wir jetzt in der modernen Landschaft des Trainerwesens wissen, dass wir für alles Spezialisten haben und ich glaube, dass man, und Jürgen Klopp macht das ja vor, er ist natürlich ein überragender Trainer, er ist ein überragender Typ, aber er weiß, dass er um sich herum Kollegen braucht, die vielleicht in vielen Bereichen besser sind als er, das jemals alleine machen könnte. Also nehmen wir Kraft, Schnelligkeit, über Taktik müssen wir nicht reden, aber auch da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich da taktisch schulen zu lassen, das kann man als Trainer alles gar nicht, weil wenn man jemand ist, der da oben drüber steht und alle Fäden zusammenbringen kann, dann kann ich mir das vorstellen. Dann trotzdem auch noch von mir eine Nachfrage, wie ist da so ihr Zeithorizont, also wahrscheinlich keinen Stress, aber würden sie sich, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber so im Sommer, das wäre das für sie das Reizvollste, dann auch, da kann man ja auch selber am meisten noch gestalten, da vielleicht einen Club zu übernehmen als Sportchef? Absolut, absolut, ich hatte jetzt in der Winterpause, sag mal, war ich schon relativ nah dran, im Übrigen in der zweiten Liga, den Club, das sage ich jetzt aber nicht. Schade, das war schon sehr eng, wir waren seit November im ganz engen Austausch, am Ende gab es eine andere Entscheidung, die ihr auch gut nachvollziehen konnte, aber das heißt nicht, dass es in dem Club oder auch in einem anderen Club nicht die Möglichkeit geben kann. Und wie gesagt, mir macht es totale Freude, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, auch eine Mannschaft zusammenzustellen, mit einem Trainer zusammen darüber zu diskutieren, was brauchen wir, wie weit sind wir, wo müssen wir hin, wenn du etwas brauchst, komm zu mir, frag mich, wie kann ich dich unterstützen. Ich finde es total spannend, viel Wissen weiterzugeben, aber auch viel neues Wissen von jungen Trainern und neue Ideen von jungen Trainern zu verarbeiten und das dann halt auch gemeinsam etwas bewirken zu können. Das finde ich großartig, ich finde diesen Gedanken großartig, was wahren zu dürfen. Es war aber nicht zufällig Schalke, da haben sie ja auch eine Vergangenheit im Winter. Boah, der weiß man nicht. Also so viele andere Clubs, die im November vielleicht auf entscheidenden Positionen noch mal getauscht haben, würden mir jetzt auch nicht einfallen, aber wir belassen es mal. Wir haben ja im November getauscht, aber später. Richtig, aber wir belassen es mal lieber dabei. Auf jeden Fall sehr spannend und wir würden uns natürlich extrem freuen, sie dann sagen wir mal vielleicht im Sommer oder wann auch immer auf der Sportchef-Position wieder sehen und wieder zu hören. Bei uns dauert es nicht ganz so lange, wir werden uns nächste Woche wieder hören, wer mag, vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, nach dem Spiel gegen Fürth und bei uns heißt es dann wieder HSV, wir müssen reden. In Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören. Vielen Dank, Herr Slomka. Sehr gerne, vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast